Ich habe gedacht, ich nehme mir ab hier mal auf und habe mal die Fackel rausgeholt. Ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten Kräuter gesammelt. 10 Minuten, mehr nicht. Ich finde das nicht so viel. Und bin jetzt überladen, weil ich so viel Kräuter gesammelt habe. Ist das nicht schön? Wo sind die denn hier? Ich habe 6 Augentrost, 13 mal Drian, 141 Brennüsseln, 50 Stillen, Johanniskraut 52, Kamille 57, Löwenzahn 111, Mondblumen 34, Salba 44. Ja, das kann ich sehen lassen, oder? So, ich bin nicht... ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch... Ich kann leider halt nicht mehr rennen, weil ich überladen bin. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu denen hin kann. Ich muss mal gucken. Was ist das hier? Ein Weisgeber-Quest. Ein Weisgeber-Quest. Aktivitäten-Geber. Ach, das ist was anderes. Ich dachte, Aktivitäten wären Quests. Jetzt melde dich beim Vogt, hier vorne. Ja, ich fürchte, dass jetzt schon alle schlafen und ich niemandem mehr was verkaufen kann, oder? Oh, vielleicht hier noch. Guck mal, ob wir vielleicht in der Schinke wem was verkaufen können. Du siehst aus, als würdest du hier bedienen. Junk-Mite, genau. Aber ich weiß nicht, ob die auch Kräuter kauft. Äh, da... Ne, kauft sie nicht. Wie viel gibt sie dafür? 273. Sie hat aber nur 150. Wie soll das gehen? Ja, gut. Okay, ich muss wahrscheinlich zum Alchemisten dafür. Ah, der ist weiter hinten. Wie gesagt, wir können nicht mehr rein. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich noch zum Alchemisten rein kann. Hier die Sachen am Wegrand lassen wir stehen. Ich frage mich auch, was ich ja sehr cool finde, ist, dass man halt nicht, obwohl das ja realistische wäre, dass man nicht jedes Kraut einzeln sammeln muss. So, dass man eben nicht jedes Kraut einzeln sammeln muss, sondern so ein Gebiet abgrast mit einem Malbückeln. Mit einem? Einmalbückeln? Was ist mit meiner Sprache los? Ähm, das finde ich ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man so viel Kräuter sammelt wie ich, ist das ganz praktisch. Und, ähm, da hat sie ihn gesehen. Und ich habe halt echt viel Kräuter dafür, dass es nur 10 Minuten sind. Ich frage mich, ob die Kräuter nachwachsen. Weiß nicht. Also, da oben am, äh, am Platz ist auf jeden Fall alles leergegrast. Da müssten wir dann mal gucken, wenn es soweit ist, ob da wieder neu ist es. Guck mal, das, das Licht, das braunt auch nach. Geh nicht im Weg. Wieso hast du... Hä? Ach so. Sieht nur so komisch aus. Ich dachte, die hat einen wunderschönen blauen Rock an. Und dann aber so ein zerschlissenes Überkleid. Das wäre irgendwie ein bisschen seltsam. Ist das Überkleid? Ich weiß gar nicht. Hey, du bist noch da? Kann wir reden? Guten Tag. Verkaufst du noch? Ja, okay, lass uns handeln. Vielleicht kann ich dann direkt meine Schulden bezahlen. So, ich verkaufe das mal eben alles. Moment. So, ich habe das erstmal im Warenkorb gepackt. Haben wir noch was zum Verkaufen? Nö, der Rest behalten wir. Ähm, wir sind bei 50,7. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde das echt nicht schlecht. Ähm, dann falschen wir mal, ne? Reden wir über den Preis. Klar. Nun versuchen wir's. Oh, oh. So ist doch alles gut. Ähm. Theoretisch, wenn man jetzt in Prozente denken würde, ne? Würde ich ja sagen, man kann jetzt, weil ich ja mehr habe, mehr hochgehen. Aber ich weiß nicht genau, wie das Spiel denkt. Ich versuch's mal damit. Ja, das sollte passen. Oh. Cool. So, und wie viel Schulden haben wir bei dir? Das habe ich wieder vergessen. Wegen der Schulden. 50. Schulden bezahlen. Pup, pup. Pup, pup, pup. Ja, gib mir mein Geld zurück. Ich würde mehr Geld haben. 다른 zu arbeiten. Pup, pup. Pup, pup. Pup, pup, pup. Pup, pup, pup. Egal, der hat gesagt, ich bin ein ehrbarer Mann, das reicht mir als Lohn. Wir werden ja sicher noch mehr Geld machen. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ich habe mich sowieso gewundert, warum... Mir fallen ein paar Sachen von meinem Tisch. Warum ich ihm jetzt nochmal Geld geben muss. Aber ich habe mir gedacht, das Spiel wird schon recht haben, oder? Hatte es nicht? Warte, wo ist der Vogt denn? Hä, wo ist denn der? Hier irgendwo? Warte mal. Ist der drin irgendwie? Wie komme ich da hin? Hier noch? Darf ich hier rein überhaupt? Okay, weißt du was? Wir gehen erstmal beim Pesek schlafen. Und dann kommen wir wieder her, oder? Ist doch sinnvoller. Hier gibt es ja Waffen. Jetzt ist es aber nicht... Nein, das ist zu. Ich denke mal, also theoretisch schläft er wahrscheinlich, ne? Siehst du der Vogt? Nein, du bist ja weg. Ja, die gehen jetzt alle nach Hause. Gut, wir haben noch unser Zeug verkauft. Dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal schlafen beim Müller. Und dann kommen wir morgen wieder. Und weil Schlafen jetzt nicht so wahnsinnig interessant ist, würde ich sagen, sehen wir uns dann auch wieder, wenn... Hast du ein Nachthemd an? Oh, das habe ich ja gar nicht so gesehen, dass da hier so... Okay. Ja, wir sind eh müde. Jedenfalls gehen wir jetzt... Guck mal, der geht auch da lang und schlafen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir ausgeschlafen haben und wieder hier in der Stadt sind. Bis dann! So, es regnet immer noch. Wir sind auf dem Weg zum Vogt. Es ist der nächste Morgen, wie ihr euch vielleicht gedacht habt. Ich bin aber noch ein bisschen müde. Nein. Du rennst ja immer noch im Nachthemd rum. Findest du das okay? Maruna, was ist los? Kann ich dir helfen? Nein. Okay. Gott, wie hüt' ich. Ja, ja, ebenso. So, warte mal, wo ist denn jetzt der Vogt? Ist er aber immer noch da? Nee. Hä? Ist das der Marker dafür? Ja. Mildig befoggt. Ist immer noch da. Ja, gut. Dann gucken wir mal, wo wir rein müssen. Ja, vielleicht hier lang? Das soll doch sein, oder? Nein. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich nur in der Tür vertan. Aber wo ist der denn? Er würde nicht beim Schmied sein? Was soll der beim Schmied? Jetzt kommen wir hier rein, ne? Ist der hier? Das ist ja wieder privat. Kannst du mir mal sagen, wo der Schmied ist? Nein. Äh, Quatsch. Was erzähl ich denn da? Wo der Vogt ist? Was ist der hier? Beim Bäcker? Karotten und Äpfel. Ein wahrer Hochgenuss. Das ist der Schneider. Guck mal, warte mal. Wenn wir hier rein gehen. Wäre ich beim Schneider? Warte mal. Was macht der denn beim Schneider? Ach komm, wieso ist denn der Schneider noch nicht da? Wer da hier? Öffnen. Ich gucke mal da rein, wenn der Wache da weg ist, ja? Okay. Nein. Hier ist offensichtlich auch falsch. Das gibt es ja nicht. Wo ist denn der maledeite Vogt? Hier hoch vielleicht. Schloss knacken. Kann auch nicht sein. Können wir hier mal bitte sagen? Steht aus, wo der Natur fehlt. Wo der Vogt ist. Brennt hier einfach eine Mauer ein gleich. Jetzt offen. Bist du der Vogt? Weißt du, wo der Vogt... Stehlen. Mhm. Ah! Hör mal jetzt. Jetzt. Ladenwache. Und der Handwerker. Hä? Der... Muss der doch da oben sein. Aber wie komme ich denn da hoch? Sag zu. Mit Brot allein kann man nicht leben. Aber ohne auch nicht. Mit Brot allein kann man nicht leben. Aber ohne auch nicht. Ja, okay. Der fiel leicht hier an dieser Tür. Hm? Hier ist zumindest kein privater Bereich. Aber da. Wird toll. Was soll ich denn hier, wenn ich da nicht weiterkomme? Auch das gibt es ja nicht. Wo ist denn der Kackvogt? Wo ist der Vogt? Wo ist der Vogt? Kann ich hier rein? Schloss lang. Ist der vielleicht da hoch? Oh! Warte, hier ging ja noch eine Treppe um. Vogt? Sind sie hier? Und? Okay. Schmeißt mich zumindest gerade keiner raus. Keine Ahnung, was hier ist. Hier sind Betten. Darf hier aber zumindest bis jetzt überall rumrennen. Das ist ja schon mal gut. Ist nicht dein Ernst! Was liegst du denn hier rum? Vogt? Gott sei mit dir. Was liegst du denn hier rum? Mensch. Gibt es Neuigkeiten? Fragen wir mal. Meister Vogt? Gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Aha. Danke. Vielen Dank. Ja gut, in den Dienst des Vogts treten. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der Iren unter den Wachen befände. Ach ja, da war ja was. Wieso sollten Sie auf mich hören? Auf mich ist Verlass. Dann kümmert euch besser um uns. Dann kümmert euch besser um uns. Ja, was sollen Sie ja machen? Ich nehme mir die Bärge. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. So. Wieso sollten Sie auf mich hören? Ja, das werden wir dann sehen, oder? Ich würde jetzt einfach mal... Wir können das folgen. Ich frage einfach mal. Wieso sollten Sie auf mich hören? Was denkst du denn? Ich weiß nicht. Ich bin bloß ein junger Schmied. Nicht mehr, Junge. Du bist nun Teil von Herrn Ratzis Gefolge. Genau. Und das bringt Verantwortung mit sich. Hast du dich bei Hauptmann Bernhardt gemeldet? Ja. Nein, das sagen wir bestimmt nicht. Der Hauptmann mag mich nicht. Ich kam nicht mal ins Spitzen. Es war eine ziemliche Martha. Das stimmt nicht, dass der Hauptmann dich nicht mag. Herr Hans forderte mich zum Nahkampf raus. Das stimmt. Das sollten wir aber nicht sagen. Dann mag der Hans uns... Gut, der kann uns eh schon nicht leiden. Aber dann mag der uns noch weniger. Und wir wollen ja das... Hier Adliger auf unserer Seite und so. Da hat der Hauptmann ja schon recht. Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Ist fürchterlich großkotzig. Das finde ich... Ich weiß ja nicht. Aber es würde zu Heinrich passen, oder? Ich kann nicht mal ins Schwitzen. Da ist wohl einer hochmütig, was? Kannst du ein bisschen lachen dabei? Wie dem auch sei. Du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Nachtigall? Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Yay! Schicke Ausrüstung. Ich habe 70 Groschen erhalten. Gebt man dir vorher Geld? Oh Gott sei Dank, habe ich ohne Fleiß keinen Preis abgeschlossen. Das ist ja schon mal was. So, Quest begonnen. Wachdienst. Wegen Ratai möchte ich gerne noch fragen. Hol deine Ausrüstung und dreh mit Nachtigall zwischen 11 und 19 Uhr. Okay. Wieso ist da ein Sternchen? Warte mal eben. Äh, Vogt? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ich dachte, vielleicht sagt er was anderes jetzt, wo wir für ihn arbeiten oder so. Okay, ich gehe dir mal. Ich würde hier gerne so ein paar Bücher lesen, aber ich kann nicht lesen. Frage mich, wie man jemals schwere Schlösser knacken soll. So, okay, der ist ja oben. Wie soll ich mir das merken? Da kommen wir nicht, da kommen wir gar nicht lang. Wer schläft denn hier? Wie niedlich. Oder schlafen die zwei? Nee, warum sollten die hier schlafen? Die schlafen auch in der Burg. Mach mal Türen zu. Nicht, dass jemand sagt, ja, der lässt über alle Türen offen und dann zieht sie mal so. Wir wollen ja einen guten Hof haben. So, aber die mache ich zu. Äh, nein, von draußen. Ja. Gut. Hinaus. Türe zu. Danke. So. Wo ist denn die Rüstkammer? Ist die hier? Ja, das machen wir aber zuerst. Hier müssen wir hin. Beim Schuster um die Ecke. In der Schanke. Ah, in den Schanken wahrscheinlich. Können wir uns Dinge holen. Hier ist ein Händler. Okay. Gut. Weißt du, dass wir ständig quer durchs Dorf rennen müssen, finde ich ein bisschen doof. Wieso ist das nicht alles ein bisschen näher? Meinst du nicht, dass ein bisschen frei zu... Ja, für das Beste. Heinrich heiße ich. Heinrich. Danke. Du rennst doch hier mit so babusig herum. Ja, ich renne mal wieder in die falsche Richtung. Können wir auch hier hinten lang? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich muss mal. Nein. Jetzt nicht. Hallo? Das ist der Bäcker. Alles klar. Wir gehen auch Wachen lang. Dann kann ich ja wohl auch hier lang. Pili. Wollte noch in der Schanke nachfragen. Genau, ne? Ja. Guck mal, dann können wir sie fragen, ob hier irgendwas los ist. Wer bist du? Der Wirt. Fragen wir den Wirt. Gott sei mit dir. Braucht dir jemand Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Alles klar, danke. Sagt der nochmal was anderes oder wieso ist das nicht ausgegraben? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Weiß nicht. Ich hätte gern was zu weisen. Alles klar, Berthold. Gehen wir jetzt... Ach, komm mal. Nein, ich weiß nicht. Wir gehen hier lang. Hier sind wir schließend lang gelaufen. Ich glaube, wir müssen gleich hier lang laufen. Kann das sein? Berthold, ich frage den noch, ob was hier... Hi! Du siehst auch nicht irgendwie ordentlich angezogen aus, muss ich sagen. Achso, dann hier ist der. Darf ich ja noch nicht hin. Warte mal, ich renne mal hier durch. Ist ja offen gerade. Und Berthold ist doch... Jetzt bin ich schon vorbei. Na gut. Wir rennen mal eben zu Berthold, ja? Rennen! Rennen! Hopp, hopp, hopp. Wahrscheinlich sollen wir für den Unges jagen gehen, vermutlich mal. Da ist doch Berthold, oder? Hey, Berthold! Ebenso. Gibt es hier Arbeit für mich? Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an! Wie ist dein Gehör? Was? Anscheinend nicht so gut. Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt! Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt. Und besonders gut hört. Die Gegend kennt und gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger. Und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen. Besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Oho. Ein Jammer. Und du willst, dass ich sie finde. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt. Also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut. Aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Du kannst kaum erwarten. Oh Gott, oh Gott. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Du kannst ja das wiederholen. Kannst du das wiederholen? Natürlich. Jetzt gemerkt? Der kann das nicht gut. Kannst du das wiederholen? Natürlich. Jetzt gemerkt? Das ist ja nicht normal. Nicht, dass ich irgendwann doch nochmal tatsächlich zu ihm muss und zu fragen, wie sich das anhört. Und dann, ja. Ich habe es mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Okay. Drei Stück. Alles klar. Ist da jetzt irgendwie ein Zeitlimit? Vergeltung. Ruft der Nachtigallen. Freikostbaren Nachtigallen, Jäger. Jäger, Meister. Okay. Steht nichts von einem Zeitlimit. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal fragen, wie sie sich anhören. Warte. Da muss ich hin. Wie? Ah, warte mal. Was ist jetzt hier? Hier, bei A gibt es die Rüstung. Alles klar. Ist doch bestimmt da oben drin, oder? Oder nicht? Oder ist das hier? Hier? Was ist das? Der Wachtturm, ne? Oben oder unten? Alles klar. Das hier gehört irgendeinem Inka. Oder hier? Prostkammer, jawohl. Hi. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobilla. Hm. Yep. Hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entzünde, bekommst du Helm, Gambason und Knüppel. Das ist alles? Den Knüppel. Hast du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ja. Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Was haben die immer zwischen den beiden, wenn die da sitzen? Ich meine, das ist doch nicht normal. So, so, so sehen Männer nicht aus. Dinge. Wie schön, die sich bewegen einfach. Mach nochmal. Völlig im Einklang sind die. Okay, warte. Ich ziehe erstmal an. Ja, Rüstung. Gepolsterte Haube. Guck mal, die sieht auch viel besser aus. Gewöhnliche Beckenhaube. Ziehe ich die oben drüber? Ja. Vielleicht die gepolsterte Rüstung. So, drei Sachen waren es, hat er gesagt. Und der Knüppel. War das der Knüppel oder der? Ach, ach, ich sehe gerade. Können wir Knüppel eigentlich dann auch an dem Schleifstein bearbeiten? Dann haben wir vielleicht einen Speer. Ja, das sieht ja auf jeden Fall besser aus jetzt. So. Du kannst überhaupt nicht durch Holz durchgehen. Das wissen die Hühner aber nicht. Hallo? Kein Händler. Wir haben aber gerade nichts zum Handeln. Ich hoffe, wir können die Klamotten behalten. Die sind nämlich irgendwie besser als unsere. Hallo? Rennen. Ich hoffe, ich muss niemanden verkloppen. Ach, was soll's. Hier kann mir ja eigentlich nicht viel passieren. Also ist vielleicht gut, wenn ich jemanden verkloppen muss, weil dann kann ich ein bisschen üben. Wir werden sehen. Und zwar werden wir das, Entschuldigung, beim nächsten Mal sehen. Ich renne jetzt nochmal dahin und werde dann speichern und beenden. Und ich denke jetzt, auf dem Weg wird nichts mehr passieren. Und deswegen sage ich einfach mal, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann. Lasst mir da, was ihr wollt. Und vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ciao, ciao.